Blutmond 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 Ich hab mal eben nur das Haus verrammelt Ja, Raphs sind halt im Kerlin, ne denk von Ja, ja War aber So, dann nehm ich jetzt auch mal ne Spelunky und dann gehts wieder weiter Äh, na toll Da haben wir ihn hier Außerbrechts Palladium Das hier unten ist das hier Das ist LED Das da drunter ist oben LED Ja, da drunter, unter dem LED ist den Kram, den ich hab, ne Oh, hier ist schon wieder eine Spinnenhülle, oh mein Gott Oh nein, ne Ehrlich? Ja, ja, siehste noch Warte mal, nicht oben zu machen Ja, ich lass das Wasser grad in die Kack Spinnenhülle ablaufen Ne, ne Claymore Dann haben wir da gar nicht alles in Wasser, ne? Oh, wobei geht noch Oh, hier sind keine Spinnenhülle Oh, dann hab ich kein Problem mit, aber Was ist das denn da links? Guck mal da links Siehst du das? Diese komischen leuchtenden Sachen Abgesehen von der Kiste, die da unten ist Aber was ist das da links denn? Was ist das? Das ist das Spinnen-Eindeuter Ach, das sind so ganz normale Ach, das sind Thronen in der... Ach, okay Ach, Thronen soll schon, äh Ja, quasi genau Und schon wieder hat Schuhspikes Kannst du ein bisschen mehr Fackeln setzen? Ja Ja Warte, die Kiste noch abbauen ist unmöglich Okay, oh, da ist noch mehr Ja, ja, ich schwör die Kiste bauen wir gerne, wir haben da schon tausende davon Nein, nur das man nicht mehr durcheinander kommt, dass wir die Kiste... Da ist auch noch ne Stadt, wo dich noch haben möchte Ja, und das ist noch ne Kiste Kannst du genau aufbauen Wo ist denn unsere Kiste? Von Lava, lol, aua Ah, okay, es ist uninteressant Es braucht einfach nur Einen Drill mit 200 Cent Ja, ja Welcher ist denn das, weil... Ja, immer noch Titanium hat 190 Ja Okay Ich hab eh nur gelesen, dass es den noch gibt Ich hab letztes gesehen, dass es den noch gibt Aber den baut man wahrscheinlich jetzt irgendwie aus irgendwas Den kann man wahrscheinlich nicht mehr aus den 3 Drills machen, sondern wahrscheinlich Warte Anderes Led Ne Cloud in der Bottle war ne Kiste Wow, super Cool, ne Ne, ne, ne Emerald Emerald Emeralds Oh Hallo, Skelett Skelettor hat gerufen, sagst du Oh mein Gott Da warts Ja, war echt schon tief, ne? Ja, ja, ja Gold, Gold, Saphir Ach, auf der Karte! LOL Der Karte wird dann angezogen, da geht's Ja Hast du gesehen? Ja Noll Okay Da vorne ist doch viel Und ist auch in Kalk um Ja Ja, ich geh nach links Und hinter Gold noch mit Mit dem Goldohr und so Ich mein, man gleitet ja durch wie durch Butter, warum ist das jetzt nicht so das Problem? Da links sehe ich Titanium Nicht viel, aber ein bisschen Mach ich da schon besser als gar nichts Und warum kommt denn irgendwie Alter, wie man sich hier durchgräbt mit dem Titanium Ja, das ist Wahnsinn Ich glaube am schnellsten gräbt man sich echt durch so hier Erden, nicht Erze, hier durch Edelsteine Da gräbt man sich echt so Brrrr Mhm Oh, ich hab kein Platz mehr, aber ich hab Dynamit natürlich mal Oh, weg hier Einmal durchbohren Einmal durchbohren Kack Archer Degast 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 Vielleicht hier unten ist Hollow-Gebiet. Oh, meine Portion ist zu Ende. Titanium. Ach ja, da muss noch mehr Titanium. So, worum wir hier sind, hier ist auf jeden Fall wieder Hollow-Gebiet. Das ist halt doof, wie ich finde. Weg da! Ja, meinst du auch. Aber da muss ich mich noch durchgraben und die Kack-Fledermäuse nerven, wie sonst wird. What? Äh, bitte was? Piraten! Piraten? Piraten? Oh shit, kommt die zurück? Hm, wenn ich dieses Titanium hier abgebaut habe, kann ich zurücklaufen. Die möchte ich mir dann doch mal angucken, die Piraten. Ich bin bei ihm weg. Oh, das ist noch mehr Titanium. Ja, super. Wo kommen sie denn? What the fuck? In den Westen. Portion zurück? Ja. Warte, mach. Da kommen auf einmal so komische, mehrfarbige Strähne durch die Wand. Woher kamen die? Hollow-Gebiet, irgendwas. Alter, aus dem Mix kommen die auf einmal. Wo kommen sie denn? Okay, jetzt erst mal sortieren. Piraten. Depositoren. Äh, noch mal. Achso. Ja, ich, das erste war, glaube ich, eine Ankündigung. Warte. Pirates? Dass die bald kommen. Oh ja, oh mein Gott, da kommen sie. Da! Da ist Polly. The Pirates have arrived. Oh. Kinder. Aufmachen hier. Komm, lass wieder zurück zu Budo gern von Dross kämpfen. Aua, wieso kommen die von beiden Seiten hier, Alter? Ja, da kommen die immer. Die Goblin-Armee kommt auch von beiden Seiten. Schießen. Sanaru was slain. Okay, ich muss, äh... Ah, hier ist irgendein Master-Pirat drin. Aua. Nein. Au. Alter. Wie viel Schaden macht der Junge? Da ist irgendein Master-Pirat drin. Der Piraten-Captain. Der macht ein bisschen mehr Schaden, wenn der schießt. Pass auf. Aua. Ich sagte, der macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, was soll ich machen? Au. Wow. Alter Schwede, wie viel Schaden der macht. Autsch, Autsch, Autsch. Welcher von den Sinem-PCs wurde denn jetzt getötet? Aua. Alter. Verarschen. Wow, wow, wow. Da ist noch eine... Ja, ja. Da ist noch eine weitere links, eine ganz harte. Ich komm zu meinen Sachen nicht. Ich kann nicht viel machen. Au. Die Tusi? Ja. Kann mir gleich mal gucken, dass ich irgendwie zu meinen Sachen... Oh mein Gott, von rechts, rechts, rechts. Jetzt fahr, jetzt fahr. Jetzt fahr. Oh, ich brauche irgendeine Waffe auf eins. Ja. Au, 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 au. Alter. Alter, leckt mich. Was passiert da? Oh, mit dem Schwer geht's echt ganz gut, Alter. Macht mir den Schaden. Ja, hier mein... Ist von hinten, ey. Macht mal nochmal den Weg frei, dann versuche ich nochmal mal zwischen uns. Die Regenwolke, da hält gerade die Stellung. Unten ist immer noch die Beraten-Captain bei unserem Loot. Ja, der geht da noch nicht. Ja, ich sag's ja nur. Na komm. Oh, jetzt kommt schon wieder neue, ey. Erstmal nicht. Kurz sechs. Hier hab ich jetzt Schaden. Guck mal du dich um den links, rechts, bitte. Oh, geht weg. Warte. Ah. Fuck. Ja, das... Ah, egal. Jetzt hast du Zeugs von mir gesammelt. Ah, ich hab schon mal wieder irgendwas zum Schießen. Das ist gut. Autsch. Warum krieg ich nen Schaden hier? Schuze, schieß. Aua. Autsch, ausch, ausch. Bin das überlebe ich. Okay, das ist eher hart, sag ich mal. Oh, ja. Oh, ja. Was ist das denn? Von rechts. Oh, 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 oh. Zeug. Okay, ich muss mich heilen. Geht nirgends. Pass auf. Au, 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 au. Kein Mana. Ich hab keine Rüstung an. Nix. Moment. Du hast genau irgendein Rüstungsteil von mir. Das ist voll unpraktisch. Was, 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 was? Das ist ein Rüstungsteil von mir. Die Brustplatte. Wie geht's? Halt voll Nimbus da. Brustplatte, Brustplatte, Brustplatte. So ein pink müsste die sein. Uuuuut. Warte. Hab ich jetzt grad nicht gesehen. Warte. Warte, ich kann jetzt nicht verteidigen hier. Oh Gott, da kommt noch ein Käpt. Ping, 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 ping. Hä? Na, dann liegt das da vielleicht doch noch. Okay, dann gucke ich nochmal. Na, hab ich. Super. Autsch, 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 autsch. Noch ein Käpt'n? Ja, noch ein Käpt'n. Hast du einen anderen getötet, oder was? Oh mein Gott. Oh, ich hab jetzt gar nicht alles eingesammelt von dir oder so. Oh. Alter, die Piraten sind haftisch. Haftisch, Alter. Lass mich zuerst. Meine Sachen sind zuerst hier. Lol. Okay. Okay, meine Sachen sind ganz rechts im Haus. Oh mein Gott, instant tot einfach. Instant tot. Volli macht Schaden, ne? Ja. Ja, unsere ganzen NPCs sterben, ne? All unsere... Bau bitte mit dem Hammer nix ab. Äh, ja. Brauchst du die Waffe? Alter. Warte, hier. Da. Bitte, rechts sind meine Sachen. Ich hab dir ne Waffe gegeben. Was du gesehen hast. Aber ich hab wieder meinen Stab. Das heißt, ich kann schon mal wieder ihr rausmachen. Jawohl. Oh nein. Lass mich verarschen. Wir müssen nachher so hart aufräumen, aber wir müssen erstmal überleben hier den Scheiß. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. Warte, komm zu mir. Komm zu mir. Ich hab deinen Stab. Ich hab deinen Stab. Aua. Ich komm nicht so weit, ey. Vor allem, machst du vor mir die Tür zu, du Vogel. Die Tür zu zu machen war jetzt nicht so schlau, muss ich sagen. Ich wollte einfach nur der Zeil zu dir schmeißen. Boah, da hat die einfach schießen, Alter. Oh, aber, nein. Nein, nicht alle im Paar. Wie abartig hart hier sind, Mann. Hallo, du. Hey, wollen wir drauf sammeln, um da weg gehen? Habe ich Geld, um mich zu heilen? Ich glaube schon. Ja, habe ich. So, was habe ich denn jetzt alles hier? Habe ich irgendwas, womit ich kämpfen kann? Irgendein Stab da. Der Stab. Ah, okay. Äh, ich hab aber nix von dir. Oh, das hier. Ja, ist egal. Ich sag ja, ich hab dir nix von dir. Oh, warte, warte, den hier. Dann ist es zwar theoretisch magisch, aber dann hast du mir nicht sofort irgendwas. Alter, da liegt so viel Zeug von euch rum in dem Raum. Niemals. So, göttlich, göttlich. Ich hab keine Truppe, die Sachen liegen, wo ich wissen würde, dass er das machen. Joa. Ich hab auch keine Ahnung. Warte. Was denn? Ja. Nummer eins. Geh dich heilen. Hahaha. Uah, verrückt. Wieso geht H nicht? Willst du mich verraschen? Na jetzt geht's. Mana, ganz viele Mana, Sterne da. Oh ja. Au, 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 au. Der hat ein Maschinengewehr. Toll. Okay, die sind echt hart, Alter. Oh ja. Was hat man zu Ende hier? Weiß nicht. Mami, mach Ende. Oh, der nimmt mich mal in Mana weg, ey. Ah, Polly. Ah, da unten ist er immer noch. Au, 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 au. Oh, ich glaub, ich hab den unten erwischt. Ja, und der ist, ne, der ist mal nur noch da. Ich wär hier unten. Na, der hier. Und der Captain? Captain. Ich hab aber irgendwie grad wieder ein Lag oder so. Ich kann eben, wieso konnte ich den Mana ständig einsammeln? The fuck? Hä? Versteh ich jetzt nicht. What? What is? The fuck? Was hat denn? Ein Lag. Also, ich hatte ein Lag. Alter. Beschütz dich, Kollege. Alter, Schilder. Da nehmen wir echt noch viele bei uns im Haus. Oh ja. Alter. Komm hier, Polly. Alter, drei Polis. Wieso hab ich 999, 3x990 Steine in meinem Momentar? Wer hat denn die mitgehabt? Äh, äh, ich hatte ein paar mit, aber nicht so viele. So, das denn. Komm mal, Rona. Alter, Pater. So, da jetzt. Deins. Oh, irgendjemand hat noch ne... Ich muss grad aussatieren, sonst komm ich nicht weiter hier. Entschuldigung. Ja, ja, ja. So, das ist dein Helm. Das ist mein Helm. Das ist meins. So, das ist dein. Oh, Rufungfällen hab ich voll. Dein Spiegel. Alter, Schweder. Kannst du die ganzen NPCs wieder in die richtigen Stellen positionieren? Äh, ja. Ich muss selber noch gucken. Ach so, ich dachte, ich bin schon wieder fertig. Nein. Ich hab halt bis grad gekämpft. Äh, da. Da. Äh. Das müsste da eins sein. Äh, sicher, weil ich hab schon eins. Okay. Welches hast du denn? Ich hatte das mit plus zwei Prozent Schaden. Ja, dann, ähm, gib mir das Crit zurück. So, warte. Ich komm sofort wieder. Bleib eben da unten. Ja, da draußen. Ja, ich weiß. Das will ich halt holen, dann will ich wieder weiter sortieren können. Das hatte ich, das hatte ich. Oh, ich möchte halt hier mehr unten machen. Sicherer. Das ist so. Eine goldene Toilette. Das ist schön. Ja, irgendwo hat, irgendwas, wurde da getroppt, irgendwas Goldenes. Wir haben ganz viel goldenen Krimskrams irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab jetzt nichts eingesammelt, aber da wurde einiges getroppt. Ja, ich hab ganz viel goldenen Kram. Wie goldene Schere und so. Bäh, zack. Eine goldene Toilette. Gehört hier jemandem? Was? Aladium Pickax. Müsst du ihm gehören. Oder ist das noch meine? Aber wer weiß noch, ob ich noch meine sogar. Eine Molten Pickaxe hier oben? Ich hab noch einen Drill gehabt, der irgendwo oben ist hier rein. Warte da. So. So, was ist hier drin? Oh, im Übrigen, ich hab was für dich. Für mich oder für ihn? Für ihn. Hier. So lange gewesen. Ah, suchen, hä? Cutlass. Cutlass. Cut, yes? Ja. Cut, yes, 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 yes. Erstmal eben die ganzen Sachen einsortieren hier. Oh. Unser Haus ist noch. Oh mein Gott. Ganz genau. Okay, ich hab ein neues Schwerk, glaube ich. Was hast du denn? Ah, wobei, ah, was ist. Wer hat denn jetzt was gesoffen? Ich, aus Versehen. Wo waren denn die Banner? Hier waren die Banner. Hm, was ist denn jetzt schwer? Oh, der Knight's Edge kann ganz weg. Hm. Äh. Truhe mit Nahkampfwaffen? Ja. Die erste, ne? Ja. Weiß nicht, ob sie die erste ist, aber auf jeden Fall eine. Knight's Edge. Da guck ich gleich einfach. So, dort hab ich, dort hab ich, dort hab ich. So, jetzt hab ich meine erste Zeit schon mal fällig. Man, ist die Sachen da. Potions sind bei mir irgendwie alle weg. Egal. Ja, Potions gucken wir gleich auch und sortieren hier. Quickstack erstmal. Ich geh grad auch komplett durch und Quickstack einfach alles, was ich finde, Mann. So, hier kommt... ...kurz mein Weg. ...kurz mein Weg. Ah, den ganzen Pfeil endlich weg, ey. Mhm, mhm, mhm. Ah. Ich hab auch so viele Kums-Kums-Pfeiler, wobei da müssten einige Stacks voll sein, wahrscheinlich. Stacks, wir sind Shackle. Okay. Hm. Hm. Ah, so langsam lichtet sich das Feld hier in meinem Alter. Was hat denn Angry Moon Charm? Du meinst, da holst du ein Wehrwolf? Ja, ja. What the fuck? Und es gibt noch eins, wo du zum Mermaid wirst und das kannst du kombinieren. Dann wirst du Nacht zum Wehrwolf und im Wasser zum Mermaid. Okay, bringt dir denn irgendwas? Keine Ahnung. Ich sag aber einfach nein. Irgendeiner von euch müsste noch, ähm... Wir brauchen jetzt hier ein... Wir brauchen jetzt hier